hallo und herzlich willkommen mein lieben freunde jetzt zu einem weiteren teil transport fieber 2 jo ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen es gibt den dresden neustadtbahnhof ich weiß der ist jetzt die erfüllung bei mir ist bestimmt schon ein paar tage draußen ich weiß es gar nicht wie viele eine woche vielleicht für mich ist es jetzt gerade drei stunden her und ich hatte in der letzten folge hier und angefangen unsere schnellfallstrecke zu bauen für den schweizer zug nach zürich da geht es natürlich weiter im ostgebiet jetzt noch nicht weitergekommen als das was wir in der folge gebaut haben jetzt natürlich gerade dresdner bahnhof da reingekommen und die möchte ich natürlich nach leipzig packen ist ja klar ist neustadt nach leipzig da gehören oder hinten ist dresden das dresdner bahnhof muss ja hier dresden neustadt hin und in die richtung ist auf der dresdner bahnhof also es ist ja es ist doch perfekt und in welche stadt wird er besser passen als leipzig leipzig ist man leipzig ist mit abstand die größte stadt hier auf der karte hinten ist dahinter mit 1300 sehr schlecht kein wunder und ich würde ganz gerne den dresdner bau hierhin packen dafür müssen wir natürlich jetzt einiges abreißen dass die züge weg sind und dann müssen wir jetzt mal wirklich einiges umändern aber hier passt der perfekte besser als dieses kleine kack ding da und wo wir natürlich glücklich werden also denn auf jeden fall wirklich aber das erforderliche zum einiges an baumaßnahmen hier wirklich einiges alles weg alles weg die straße kommt auch weg alles muss weg auto safe immer diese auto safe alles wird machen so er kam weg einmal das ja ein bisschen weiter weg und wir haben ja bei dem dresdner die möglichkeit unten durchzufahren das kann ich selbst noch mehr so wo ich alles mit ein bisschen mehr luft so jetzt will ich auch ganz gerne erstmal gerade den tram depot alles wegreißen scheiße werden hier aufgepasst hier kommen daran sind wir von hinten anfangen über den zug vor uns her schieben so natürlich eigentlich schon ein großes unterfangen was wir hier gerade waren bei ihm gerade so neuen bahnhof einpflegen das macht man ja nicht gerade mal so eigentlich das jahr ist noch ein bisschen angleichen den ganzen kram ich habe schon überlegt ob ich den woanders noch in den leipzig rein bekommen aber leipzig ist einfach so hügelig hier der die landschaft und bleibt eigentlich gar keine andere wahl als das irgendwo hier zu machen wo ich halt jetzt ich versuche ihn hinzustellen also kann das auch kurz zeigen wenn er guckt leipzig ist einfach komplett hügelig und hier zum großen bahnhof hinzusetzen 320 meter war der halte und ich würde ihn jetzt auch nur 320 meter machen nächste stufe 340 meter und sind 80 meter mehr und die brauchen wir nicht weil wir haben wir auf der strecke keine schnellfahrt züge also von daher also keine doppel traktion oder sonst irgendwas mit 320 meter kann man auch noch mal die c aufpacken das wäre halt auch nicht dass das große problem 320 meter bei der kummer standard gehen haben wir deutsche oberleitung dann nehmen wir auch standard und auf höchstgeschwindigkeit haben wir nämlich wieder die standard dinger wo es natürlich auch nicht optisch schön aussieht nachkommen nehmen dann zweiter straßenanschluss das glaube ich hier drüben die tür dann die brauchen wir eigentlich erstmal nicht elektrifiziert brauchen wir auch nicht genau und bleibt es genauso wie es ist und dann würde ich dir jetzt eigentlich ganz gerne ich musste hier vorne noch ein bisschen bearbeiten die terrain 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 noch ein bisschen weiter hin dass er mit der straße da unten durchkommen so war das jetzt irgendwie ruhig ein bisschen weiter von ab wir müssen irgendwie noch so tram geschichten hier hinbekommen kann man ein bisschen drehen so über den hier hinsetzen er wird natürlich jetzt nicht so wunderschön ein ein buch an in die stadt oder dann einfach zu weit von weg ist aber hier können wir jetzt die straße weiter führen ich kann dir nicht größer machen die straße also kann ich nicht größer machen dann müssen wir es mit einer einfachen hier unten rein in den berg mit kurve bitte dann wird es genau da anfangen ja gut ist okay so haben hinten klitzekleines stück autobahn und haben eigentlich gar nicht ja kommen wir jetzt hier raus wenn dann hier unter bahnhof durchfahren und kommen dann hier auch irgendwo wieder drauf so haben wir das eigentlich schon ja natürlich jetzt die die beiden kleine straßen hier die kriegt man leider nicht weg aber kann jetzt ziemlich gut daran ansetzen dass wir gucken wie wir das jetzt mit dem tram gleisen waren auch mit unseren normalen gleisen kommen wir jetzt ein bisschen blöd hin müssen wir jetzt wirklich andere wege fahren wir haben natürlich jetzt noch viel mehr möglichkeiten den bahnhof dann halt auch zu nutzen sprich wir haben mehr gleise und die anderen hätten wir auch immer erweitern können das war nicht das nicht das problem aber jetzt haben wir das natürlich noch hübsch du kommst auf jeden fall hier ganz außen ran genau da kannst du einfach stumpf mal anfahren so und mit euch du ziehen müsste ich eigentlich mal weiter nach hinten als abreißen darauf passen dass ich jetzt irgendwie mit häuser reise jetzt nicht mehr ab erstmal hier noch und durch kämpft mit dem abreißen wir sind ja überall noch die die bäume weg 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 alles weg irgendwie müssen wir hier noch weiter nach so sieht das gut aus jetzt geht das von hier nämlich weiter auf 200 gehen das ist eigentlich völlig wurscht und dann können wir eigentlich da drauf gehen so dann gehen wir da drauf gehen müssen wir darauf gehen da gehen wir mit den intercity rauf aber dahin dann habe ich hier sogar noch richtig viel richtig viel luft also richtig viel möglichkeiten nachher noch irgendwelche anderen züge hin zu klatschen und hier wenn ich jetzt hier zusammen laufen lasse dann ist das mit meinem schönen tunnelportal weg geht das ich meine nicht so gut deswegen machen wir jetzt das mal ganz geschickt 12 und von hier aus hier war da drauf es ist doch clever 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 also die kacke wieder weg ja wieder drauf und gehen dann hier ran das aus ja das passt noch das ist in ordnung gehen dann hier neben und der geht jetzt in dem tunnel geht er dann aufs eingleisige da sieht man das dann auch nicht jetzt ein bisschen unschön wird zack so dann gehen die beiden gleise gehen dann da drauf wieder zack das hat perfekt gerade gucken wo wir die signale alle stehen haben da hinten haben welche dann kommen jetzt hier noch mal welche hin so einer hier vom ausfahrt ob der andere hier hin so wenn wir hier noch ein hinstellen ist eigentlich wurscht oder auch das safe so kommen wir hier dahin denn dahin nein die bräuchten wir keine weil da fahren die keine züge mehr so und dann wirst du rein theoretisch den neuen bahnhof schon eigentlich jetzt in betrieb haben wo das für jetzt noch ein paar trams er eben in dresden findet sein bahnhof nicht linie verwalten findet jetzt leipzig nicht mehr klar wer sind dahin und auf dem rückweg hatte das auch schon gefunden blau du findest dann auch nicht mehr naja witten ihn gut finden es doch kacke und auch außerdem alle löschen neue leipzig witten sieburg witten witten genauso waren wir da haben perfekt alles klar gut und die tram dudes die sind natürlich jetzt noch unglücklich weil sie keinen den zahlen das hier ist nur so ein bus terminal ja da müsste ich wieder sowas bauen hier natürlich doof dass wir hier so hoch sind sonst könnte man das jetzt einfach hier so entsetzen aber was willst du machen weil ich setze jetzt jetzt hier so ein zehn sätze mal drehen guck mal das kann ja gar nicht anslippen was hat alles sehr hoch interessant ähm machen wir das jetzt am liebsten müssen wir die straßen hier weiter ziehen denke ich mal hier kann die könnte die stadt ja rein theoretisch unter umständen darf sie hier bauen na nur ob sie das will das ist hier halt die frage jetzt aber hiervon abgehe dann machen wir so eine komische hässliche huckelpiste total blöd jetzt aber das terminal also für unsere tramitrams wieder zentral hier vorsetzen du kriegst jetzt mal noch einen zweiten straßenanschluss so wenn wir das hier so hinsetzen dann ist jetzt die frage was wir machen wir können jetzt entweder hier drauf gehen und mit dem würden wir jetzt darauf gehen dann können sogar so gehen über eine enge kiste aber das sollte trotzdem klappen jetzt hier auch noch die die trams rüber laufen lassen das mit dem traum hinaus wieder haltestellen das können wir sich auch noch hoch lassen dann entscheiden wohl die haltestellen zu haben oder wenn ich so keine haltesteller und fahr die denn dann da lang du hast keinen elektrischen weg wirklich oder warum so mal so beobachten die trams wollen trotzdem hier lang ach so weil sie da eine haltestelle haben verstehe machen wir das mit der ein das gefällt mir nicht so richtig mit den straßen hier wo sie nicht sagen wo sie ehrlich sagen hat gefällt mir nicht so geil nicht so gut so geil gefällt mir nicht so geil wieder ließen von hier wie drauf hier kommt das funktioniert auch nicht dreht ihr euch doch hier wieder so ein wolf mist elektrisch 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 das jetzt aus ganz gut aber ich möchte trotzdem dass sie den wegpunkt haben meine freunde ihr sollt dann da schon lang fahren welche linie ist das denn du hier du leipzig tram linienübersicht ach du scheiße leipzig nord passiert als ich gar nicht so schlecht man sieht sogar wirklich gar nicht so schlecht aus so und die andere leipzig halte stelle kommt die halte stelle hier vorne gebäude tram halte stelle kommt jetzt hier hin die verschwindet aus einem dienst plan so dann brauchen wir jetzt einmal die andere tram linie leipzig tram 2 möchte nur die sehen die ich hier ausgewählt habe dann schon diese farbe wieder orange lina straße gibt es für dich nicht mehr dafür hältst du jetzt daran es darum gut das überschneiden ist jetzt nicht so toll kann man aber nicht ändern wenn man sie könnte die andere halt hier hochfahren das macht eigentlich keinen sinn hat die jetzt halt auch hier hält es ist sinnlos linie verwalten berliner straße ist weg so 9 10 der wegpunkt 10 auch mal weg genau nach 9 erst halt da noch hin so ist doch gut hier ist jetzt irgendwie 1 alles klar dann habt ihr doch jetzt eure route deckt aber auch nicht bei weitem alles ab aber so kann man es doch lassen hier im bahnhof sind auch schon wieder ein einige leute auf jeden fall ganz schön aus der verkehr rollt hier unten durch gefällt mir soweit auch ganz gut dass hier kann ich natürlich jetzt noch schön mit den gleisen macht pass mal auf am ende der heutigen folge kommen meine freunde am ort tag 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 man kann ja die jetzt wieder wissen spielen das hier kriegen auf jeden fall weg es gibt leider keine set paket hierfür also muss ich da schon andere nehmen aber dann kriegt man das ja nämlich auch schön 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 hier laufen die leute in den bahnhof rein auf jeden fall ist cool hier kommen die schönen die aufgänge hoch das sieht auch gut aus am zug sehr schön hat vier leute aus dresden dabei läuft und der zug der passt ja auch locker rein das ist aktuell der längste zug sie dann ja auch ganz vernünftig aus effekt meine freunde dann haben wir jetzt einmal den dresden hauptbahnhof dresden-neustadt leipzig das ist doch nicht schlecht oder wenn es gefallen hat wisst ihr was zu tun ist und würde ich sagen sie muss der nächsten folge wieder bis dahin haut rein ciao